Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain für die PlayStation 3! Man kann noch mehrere gleichzeitig freischalten, aber Entschuldigung. Hey! Oh! Ah! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte... mein Auto... Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Den Fahrstuhl finde ich am Ende der Werkstatt? Okay, dann ist Elevator. Gut, dann nehme ich den nochmal. Drittes Tiefgeschoss. Okay, Sie liegen dann da drüben. Einen schönen Tag noch, Meister. Äh... Wo ist der Fahrstuhl? Äh... Das... ich habe ja gesehen hier Elevator, aber... Ich kann den nicht bedienen. Wie mache ich den auf? Hey, wie komme ich zum Elevator? Ach so. Muss ich mir erstmal die Schlüssel nehmen. Tja, das ist vielleicht ganz logisch. Deshalb tue ich das mal. Danke. Und gehe ab zum Elevator. Diesmal aber richtig. Also mit Schlüssel. Und diesmal kriege ich noch hoffentlich auf. Und holen wir den Wagen, der seit zwei Jahren hier steht. Oh Gott, ich hasse so eine Fahrstühle. Ich habe sie schon immer gehasst. Oh Gott, das Tiefgeschoss. Ich habe kurz mal den vibrierenden Controller ins Mikrofon gehalten. Just for fun. Und... Da hinten. Der... Wagen... hier... war's. Gott, der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das geht nicht aus. Seitentasche ist auch nichts. Ist hier was? An der Fahrerseite... Ja. Ist das ein Navi? Ja. Okay. Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay. Wir fahren jetzt Auto. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Links abbiegen. Gut, dann werde ich auch links abbiegen. Die erste Ausfahrt nehmen. Okay. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen Auto und gucken wir mal, was uns erwartet. Uh, Regen. Eine Menge Regen erwartet uns. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway fünf Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in fünf Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Ähm... Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Dann fahr los, Mann. Mach Dir nicht weiter Gedanken. Fahr einfach los. Heilige Scheiße. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Jetzt muss ich kein Zurück mehr. Ahaha. Ahaha. Oh Gott. Nein! Wow. Ich schaffe das, bloß! Wow. Alter, ist das bescheuert. Oh fuck, Mann. Ich schaffe das noch nicht. Run! Wie geht's! Was geht's! Nein! Oh Gott, schon! Ah... Ah... A-ha-ha-ha-ha-ha! Fuck, Mann! ...A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! In zwei Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Scheiße! Oh mein Gott! Fuck, man! Schon aus dem Weg, verdammt aus dem Weg, los! Oh mein... Oh, hallo Polizei! In einer Meile haben Sie Ihr Ziel erreicht. Okay, schon noch keine fünf Minuten, noch nicht. Oh, scheiße! Oh, fuck! Scheiße, ich kann gar nicht reden, ich bin jetzt mal kurz dumm. Scheiße! Oh, fuck! Ja, das war erst knapp. Schüttel, schüttel! Ich hab's doch gedrückt! Nein! Lauf! Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Bitte drücken Sie Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ich bin so... ... grad so aufgeregt, dass ich grad sogar... ... stehe. Nein! Hoch! Ich runter. Ja, ich hab mich grad hingestellt und wackel mit meinem rechten Bein. Ich zittere. Das Auto brennt, Mann! Hau ab! Verdammte Scheiße! Ethan! Hau ab! Ethan, komm schon! Oh fuck, Mann! Ich hab jetzt nichts falsch gemacht! Ich hab jetzt nichts falsch gemacht! Ich hab jetzt nichts falsch gemacht! Lauf! Lauf schon! Lauf schon! Ich hab jetzt nichts falsch gemacht! Ich hab' jetzt mal wieder hin oder setz' mich hin! Oh mein... Pfff! Och! Ach, du Scheiße! Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.